Xavier Legrand ist ein französischer Schauspieler und Regisseur. Leben Legrand hatte bereits im Alter von zehn Jahren Theater gespielt und war einer halb professionellen Theatergruppe beigetreten, als er zwölf Jahre alt war. Er studierte schließlich bis 2005 Schauspiel am Pariser Conservatoire National-Supérieur-Da-Dramatik, absolvierte ein Praktikum unter Philippe Grentrieux an der Filmhochschule La Femise und war zunächst als Theaterschauspieler tätig. Er trat unter anderem in Stücken unter der Regie von Juli Brochen, Christian Benedetti und Alexandre Zeff auf und war unter anderem am Theater National de Straßburg sowie mehrfach unter der Regie von Christian Schiaretti am Theater National Populair in Villurben tätig. Gelegentlich trat er auch als Film- und Fernsehschauspieler auf, darunter 2005 in Philippe Garels Unruhestifter. Im Jahr 2013 erschien Legrands Regie-Debüt der Kurzfilm Avant-Quedet-Tu-Pedre. Er hatte drei Jahre am Drehbuch gearbeitet. Der Film folgt Miriam, die mit ihren beiden Kindern ihren brutalen Ehemann verlassen will. Avant-Quedet-Tu-Pedre gewann 2013 den Grand Prix des Festival du Court-Metrage de Clermont-Ferrands sowie 2014 einen Cäsar als bester Kurzfilm. Zudem wurde er 2014 für einen Oscar in der Kategorie bester Kurzfilm nominiert. Filmografie, wenn nicht anders angegeben als Schauspieler, 2005, Unruhestifter, 2006, Fluchtpunkt, 2007, K.U.I. Cara, 2010, Camus, 2010, Le Mainz Libris, 2013, Tiger Lily, Quatre Famous Dance La Vie, 2013, Avant-Quedet-Tu-Pedre-Regie-Drehbuch. Theaterauftritte, 2006, Erwart Oulé de Niers-Jodee Friedrich Nietzsche von Herve Blutsch, Theater National Populaire de Villurben-Regie, Christian Schiaretti, 2006, Coriolan von William Shakespeare, Theater National Populaire de Villurben-Regie, Christian Schiaretti, 2007, La Nuit de Madame Lucienne von Coppi, Odeon, Theater de l'Europe Paris, Regie, Irina Solano, 2010, Venus von Susan Laurie Parks, Theater de l'Athene, Paris, Regie, Christelle Alves-Maira, 2012, Merlin Lenchotter, Ougrall, Theater von Florence Delay und Jacques Roubault, Theater National de Straßburg, Regie, Christian Schiaretti, Juli Brochen, Auszeichnungen, 2013, Grand Prix, Publikumspreis, Preis der Kinderjury und Preis der Presse, Festival du Court-Mittrage de Clermont-Ferren für Avant-Quedet-Tu-Pedre, 2013, Chevalier de l'Ordre des AC des Lettres, 2014, César, bester Kurzfilm für Avant-Quedet-Tu-Pedre, 2014, 14, Oscar-Nominierung, bester Kurzfilm für Avant-Quedet-Tu-Pedre, 2014, Vielen Dank.